Fürs Burkendressing fehlt i mir ein kräutriges Gewürz. Ich läuter meiner Nachbarin mit meiner Küchenschürz. Die is wirklich hilfsbereit, doch nicht an diesem Tag. Sie öffnet mir, ich sag, i hab a Frag. Haben Sie e'n Deal da? Haben Sie e'n Deal da? Sie ham bestimmt a Menge Deal da, denk ich mir. Haben Sie e'n Deal da? Haben Sie e'n Deal da? I krieg a Watschen und sie haut mir zu die Tür. Kräuter, die sind supergut für'm Bauch. Und ganz nebenbei für den Schniedel auch. Und wirst du jetzt e'n kleines bisserl rot, dann mach dir doch ein Schniedel-Lauch-Brot.